Ich schaue mir gerade nach Richtung Antipolitik, da hört man gar nichts dran. Ich denke mir, was ist denn da? Was ist mit der Impfung los? Ach ja, wenn 90% geimpft werden müsste, dass die Corona in Schorch gehalten werden kann. Dann muss man Impfpflicht einführen. Wo sind die Politiker, die was das machen? Trauen Sie es nicht sagen, dass alle impfen müssen? Ich habe mich auch impfen lassen. Können die anderen auch geimpft werden? Ja, warum damit alle impfen? Eine Impfpflicht ist ja da. Was anderes geht ja eh nicht. Ja, 90% muss geimpft werden, ja. Sonst wird das Virus nie in Geschacht gehalten, ja. Bricht immer wieder aus. Geht immer so weiter, ja. Immer, immer lockt auch, ja. Immer wieder lockt auch, ja. Immer, immer spritzen, ja. Immer, immer. Immer wieder das und das und das. Auf die Scheiße ich doch. Ach, sollen alle geimpft werden, ja. Eine Impfpflicht muss her, auch, ja. Wenn das nicht kommt, doch, ja. Da frage ich mich. Die Regierung versagt ganz. Wann soll ich das machen, ja? Eine Impfpflicht für ganz Europa. Gut, danke. Danke.